Musik Wir haben versucht, eine etwas untypische Weihnachtsplatte insofern aufzunehmen, als dass wir nicht Weihnachtslieder aufnehmen, sondern weihnachtliche Musik überwiegend aus der Barockzeit. Es bringt richtig das rüber, was weihnachtlich ist, festlich, feierlich, manchmal auch besinnlich, einige lustige Stücke dabei. Das ist schon Musik, die man natürlich auch nicht nur zu Weihnachten hört. So eine richtige Weihnachtslieder-CD ist es natürlich nicht, aber eben wirklich besonders zu Weihnachten. Wir können durch unser Instrumentarium eine Bandbreite an verschiedenen Klängen und an Dynamiken liefern, was sonst eigentlich keine andere Instrumentenfamilie zu leisten vermag. Musik Dann ist es so, wir schreiben die Musik uns selber auf die Lippen und zwar nicht für eine Besetzung, sondern für die Spieler. Das heißt, jeder wird dort abgeholt, wo er sich befindet. Jeder kann seine Stärken ganz individuell reinbringen in das Ensemble. Und da die Talente doch so unterschiedlich sind, haben wir da enorme Möglichkeiten, die volle Bandbreite, was geht, auf Blechblassinstrumenten in unser Arrangements mit einzubringen. Ich denke, das macht den Erfolg aus. Musik Musik